Die Route zum Zwischenziel ist berechnet. Bitte fahren Sie auf eine digitalisierte Straße. Ich habe die Möglichkeit genutzt, den neuen Nissan Navara kurz vor der Markteinführung zur Probe zu fahren. Was ist technisch neu? Als Motor gibt es nur noch einen Vierzylinder mit 2,3 Liter Hubraum in zwei Leistungsstufen mit 160 und 190 km. Geschaltet wird manuell in 6 Gängen oder automatisch mit 7 Stufen. Ich bin den Doppelkabiner gefahren, der im Gegensatz zum hinten glattgefederten King Cap mit Spiralfedern ausgestattet ist, die mir Komfort bieten sollten und auf der Buckelpiste mit einer enormen Verschränkung überzeugten. Ich freue mich über jeden Abonnenten auf Facebook oder YouTube. Diese erhalten später ein folgendes ausgiebiges Offroad Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.